Wenn es dem Verein nicht so schlecht gegangen wäre zu dem Zeitpunkt der Wahl, hättest du dich trotzdem zur Wahl gestellt, weil du hast ja auch immer wieder gesagt, die Motivation dahinter war, dass du das Gefühl hattest, dein Verein braucht dich? Nein, nein nicht. Also für mich waren es zwei Rufe. A, der Verein braucht mich, weil es ihm wirklich schlecht geht und zum anderen die Antizipation, holt sich der Investor mehr als ihm zusteht, sprich versucht er sich den Verein irgendwie ein bisschen einzuverleiben. Und beide Dinge zusammen waren schon für mich der Anlass, kann ich nicht zulassen, ist dann nicht mehr mein Verein sozusagen. Von daher, nö.